Das exotische Highlight bei Edeka Embach. Freuen Sie sich von Donnerstag, dem 21.03. bis Samstag, den 23.03. auf den sympathischen Kenianer Barak mit seiner tollen Ananas-Show. Sie werden staunen, mit welcher Geschwindigkeit er die leckersten exotischen Früchte zubereitet. 10% vom Umsatz spenden wir der Gemeinde Oftersheim für einen guten Zweck. Edeka Embach, Eichendorffstraße 44 in Oftersheim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017